So schnell und einfach bereitest du eine Pina Colada im Deluxe Blender zu. Gebe weißen Rum, Kokoscreme, Ananassaft, etwas Sahne und Eiswürfel in den Deluxe Blender, verschließe das Ganze mit dem Deckel und stelle das Programm Custom Stufe 9 für ca. 20 Sekunden ein. Dann starte das Programm durch Drücken des Drehrades. Das Programm startet automatisch und nach ca. 20 Sekunden hast du eine ganz cremige und leckere Pina Colada. Fülle das Ganze in Cocktailgläser, gebe etwas Dekoration hinzu und genieße diesen leckeren Cocktail. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017